Ja Freunde, so sieht mein Dürrgerüst dann aus. Hier hängt hier wie so ein alter Fisch die Zucchini-Scheiben. Und die lassen wir jetzt hier mal ein, zwei Tage in der Sonne hängen. Und dann schauen wir mal, ob das besser funktioniert, als wie gesagt auf den Backblechen da drüben. Das ist Mist, das funktioniert nicht. Aber so könnte das eigentlich gut funktionieren. Wir werden sehen.